Ich mach Rika, man! Oh yeah, macht doch Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Glaub ich auch, oh yeah. Wir sehen uns um 3 Uhr morgens, ich hab echt keine Nerven mehr. Oh mein Gott, lass mich bitte kurz ein. Oh, bitte Foxy. Foxy ist schon bei 2% weg und dann... Findest du dich, wo ich zähle mit Blicke? Ich will die Custom Night. Dann mach ich Foxy raus. Genau dich, die packe ich dann raus. Du bist doof. Gibt es überhaupt ne Custom Night? Ich weiß es actually nicht. Ich glaub nicht, dass es irgendwie ne Custom Night gibt. Und wenn schon, spielen wir sie auch. Ich leider nicht. Na Foxy? Äh, 90%? Ähm... Sagen wir... Wie lange dauert denn 1 Uhr? Eigentlich müsste ich nicht reden, oder? Also... Ihr wisst schon... Ihr wisst schon garantiert wann 1 Uhr ist, oder? 88%. Fredbear ist noch nicht auf dem Weg. Ein bisschen Energie sparen. Und jemand ist auf dem Weg. Ist wahrscheinlich Bonnie, oder? Ja. Jetzt sind beide auf dem Weg. Also egal von... Ich muss wissen von welcher. Äh, welcher von denen jetzt kommt. Kommt. Es hätte ja sein können, dass sie gleichzeitig und ich höre sie nicht. Ja... Dann wäre es ein Problem. Okay. Chica geht weg. Okay. Ich hoffe gleich geht es um 2. Ich sag dir gleich. Ja. Du weißt, wann ich meinen Moment haben will, oder? Ganz genau. 30% immer für 2. Dann brauche ich 60 für 4. Und 80 für 6. Also ich sollte dann ungefähr noch 20% haben, wenn ich das richtig mache. Und nichts komisches passiert, was irgendwie nerven könnte. Also... 90. 90. 90. Ich kann keine Mathematik. 30 für 2. Nochmal 30 sind 4. Also sind 60. Und dann nochmal 30 sind doch 90. Bin ich dumm? Immer gucken ob Puppet da ist. Weil Puppet glaube ich wie Golden Freddy fungiert. Also... Wenn ich zu oft hier mit der Kamera flippe. Dann kommt Puppet hier und... Dann darf ich nichts. Ekel. Dann bin ich halt tot. So gut wie tot. Wenn ich dann hier... Finds aber unfair irgendwie das Puppet irgendwie so overpowered ist. Das ist... ganz nach. Das ist... Gad passiert. Gad passiert... Gad... Gad... Gad ist da erst? Ok. 3 Uhr. Gad kommt nicht. Gad. 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 schreibt er wird mich nicht schnell nicht so lange allein lassen oder chica war ja klar war ja klar sie dürfen mich nicht allein lassen dürfen sie aber nicht warum auch immer fox immer wieder zurück wenn ich ihn anschaue ich hoffe ich verstehe das richtig mit der mechanik von ein weil wenn ich dann bin ich für es ist für ich habe sogar fünf prozent extra so da war pappet gut zu wissen pappet nicht in wer ist denn hier auf dem weg ja dann sehr wahrscheinlich spring wusste ich es doch so zum glück habe ich die tür nicht aufgemacht also wenn das so weiter geht wenn ich tot hier balken bonnie ist weggegangen sehr schön es ist fünf ich will das schicksal ich will nicht ich will das schicksal nicht herausfordern fox wieder zurückbringen so pappet abgewehrt 16 15 14 gleich sollte soweit sein gleich sollte soweit sein bitte bitte 8 prozent es wird knapp sie mögen es knapp sie mögen es knapp sie mögen es nicht knapp ja haha ich habe es gut ja auch nacht 5 ich dachte schon ich brauche wieder sieben tage und mein gehalt ist 125 dollar mein name ist tim fitzger alt und und das gibt noch eine sechste noch aber das machen wir dich heute ich hoffe euch hat es gefallen lasst ein like und ein abo da ich hoffe wir sehen uns im nächsten video und bis dahin ciao bis dahin